Hallo Jüß, LIA 2004, der FC Bayern München hat mittlerweile 11 Spieler zu verzeichnen, auf die er verzichten muss gegen Gladbach. Und jetzt gibt es auch noch einen 12. Leon Goretzka wird auch nicht spielen, alle Infos gibt es in diesem Video. Noch ganz kurz bevor wir mit diesem Video anfangen, heute gehe ich wieder um 18.30 Uhr live, genau wie gestern. Wir besprechen die neuesten News, die es noch zu dem Spiel gibt spontan, welche Youngsters aufrücken, wie der FC Bayern wohl möglich spielen könnte. Da habt ihr gleich was zu mitreden, hier in diesem Video werden wir auch kurz darüber sprechen. Aber heute Abend im Stream, gestern ging es richtig ab, hat richtig Bock gemacht, deswegen heute wieder. Gestern war es ja noch unklar, ob Leon Goretzka spielen wird, er hatte am Dienstag trainiert und fühlte sich echt gut, dann hat er am Mittwoch gefehlt, was sehr überraschend war und nun war, ist jetzt heute klar, dass Leon Goretzka nicht mitspielen wird. Er hat wieder nur individuell trainiert, das heißt alleine, er war laufen, hatte ein paar andere Übungen gemacht, kein richtiges Mannschaftstraining. Das heißt, dass wir auf Goretzka verzichten müssen, das tut natürlich sehr weh, da ich mich auch eigentlich sehr darauf gefreut hätte, Leon Goretzka und Joshua Kimmich zusammen wieder auf dem Platz zu sehen, obwohl die beiden ja sowieso nicht zusammen auf einer Position gespielt haben. Kimmich wurde ja schon als Rechtsverteidiger eingeteilt, sagen wir mal. Andere gute Nachricht dafür, Niklas Süle, der ja auch gestern gefehlt hat, der ist good to go, er wird spielen. Ob startet ist nicht klar, aber die Chancen stehen gut, dass er spielen wird. Was mich natürlich sehr freut, da wir von tatsächlich neun Verteidigern, dann sind es jetzt einfach nur noch zwei, die mitspielen können, Süle und Pavard. Andere sieben fallen einfach aus, wegen Corona-verletzungsbedingt ist keiner und Afrika Cup. Das sind schon echt einige Ausfälle, die wir da leider zu verzeichnen haben. Wir können hier einmal kurz hier wechseln. Und dann seht ihr, so könnte der FC Bayern morgen spielen, irgendwie in einem 3-3-3-1-System. Kimmich wurde auch gesagt als Rechtsverteidiger, das heißt, er könnte auch da spielen. Ich bin mal gespannt, wie das mit Pavard aussieht oder ob Süle vielleicht hier raus rückt und Pavard dann mehr den Abwehrchef macht. Musiala, Rocker, Sabitzer im Mittelfeld. Es ist dann auch optional natürlich so, dass die beiden ein bisschen zentraler sind und Musiala dann offensiver mit agieren könnte. Malek Tillmann hat sich in den letzten Wochen mit dem FC Bayern echt gut bewiesen. Hätte beinahe sogar ein Tor geschossen in der Bundesliga. Er hat einige gute Möglichkeiten, deswegen würde ich mich auf jeden Fall für ihn freuen, wenn er den Startelf-Einsatz da bekommt. Und dann Müller, Gnabry, Lewandowski, muss ich nicht viel zu sagen. Das Letzte, was noch aus unserer Top-Offensive übrig geblieben ist, obwohl da ja gut, Coman und Leroy Sané beide auf jeden Fall fehlen. Das tut ein wenig weh. Das war es natürlich auch schon zu diesem kleinen Video. Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu meint. Das Spiel wird nämlich stattfinden. Der FC Bayern wird mit diesem Kader antreten. Wird einige Spieler aus der U19, ich habe sogar U17 gelesen, dass Leute aus der U17 sogar dabei sind. Würde ich mich sehr freuen, wenn auch echt junge Spieler Einsatz bekommen, die halt einfach älter, genauso als oder sogar ein bisschen jünger sind als ich. Das wäre auf jeden Fall echt krass. Deswegen lasst mich dazu mal eure Meinung wissen und seid heute Abend im Stream dabei. Das war es von mir. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnet diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Das war es von mir. Wir sehen uns heute Abend und ciao. Bis zum nächsten Mal.